Liebe Ingrid, Power ist ein Erfolgsfaktor auch bei uns auf dem Spielfeld. Und Power steht auch stellvertretend für dich. Du bist eine Powerfrau, eine Powermama und eine Powerpflegerin. Bei Themen, die ein Feingefühl erfordern, im Umgang zum Beispiel mit einer Spielerin, da kenne ich mich aus. Und auch damals bei meiner an demenzerkrankten Oma habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, empathisch zu sein, Feingefühl zu entwickeln und den Menschen so zu nehmen, wie er ist. Ich glaube, liebe Ingrid, ich weiß sehr zu schätzen, dass Pflegekräfte wie ihr unsere Krankenhäuser am Laufen haltet oder in unseren Pflegestätten euch um die Menschen kümmert, für die in der Regel wenig Zeit bleibt. Ich hoffe, dass sich in Zukunft eure Arbeitsbedingungen verbessern. Und ich möchte mich tausendmal bei euch bedanken für deine Energie, für deine Power, deine Martina.